Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 104. Episode von Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoaxmystress Alexa. Hallo alle zusammen. Und der Hoaxmaster. Und natürlich diese Folge auch wieder sehr kurz in der Einleitung. Wir haben am Ende über drei Dinge zu sprechen. Die Verleihung des goldenen Brettes vorm Kopf werden wir nachher nochmal erörtern. Und ich werde zwei Podcasts empfehlen. Darauf könnt ihr euch am Ende der Folge freuen. Aber damit es schneller losgeht, machen wir erst mal weiter. Ja. In der Story der Woche geht es diesmal um eine Dame, die es aus dem ländlichen Amerika in die Großstadt verschlägt. Dort wohnt sie in einem schicken großen Hotel. Und als sie dort eines Tages in den Aufzug einsteigt, trifft sie auf niemand anderen als Lionel Richie, den Popsänger. Er hat einen großen schwarzen Hund dabei und sagt bei ihrem Eintreten ganz energisch down, also runter. Die Dame ist so erschrocken daraufhin, dass sie sich zu Boden wirft. Und Lionel Richie, der natürlich seinen Hund gemeint hat mit diesem Kommando, ist darüber so amüsiert über diesen Vorfall, dass er der Dame die Hotelrechnung zahlt. Das ist ja auch gut. Ja, die Geschichte ist sehr bekannt geworden, natürlich, weil sie auch eine Celebrity betrifft und ist wirklich in der Presse einmal um die Welt gegangen. Sehr, sehr schön. Oder sie ist nur sehr schön, aber nicht wahr. Das werden wir ja am Ende erfahren. Im Thema der Woche geht es heute nochmal, vielleicht in Anlegung auch an die Folge zum COSIREF-Spiegel über Wissenschaft und wie Wissenschaft Antworten finden kann. So möchte ich das mal einleiten. Denn das eigentliche Thema der Woche wird gleich von einem sehr guten Freund von uns eingeführt und wird dann primär zunächst über Interviews laufen. Und wir hören uns dann auf alle Fälle nochmal am Ende des Themas der Woche wieder und wünsche euch jetzt erstmal viel Vergnügen bei den ganz vielen Gästen, die wir jetzt in der Sendung haben und beim spannenden Thema der Woche. Thema der Woche. Juhu, liebe Hoaxilla-Hörerinnen und Hörer, hier ist Marc Benecke, Kriminalbiologe und Hoaxilla-Gast des öfteren Mal. Auf dem sehr coolen Hörertreffen zum zweiten Geburtstag in Berlin bei den Hoaxillas hat mir der liebe Nils eine äußerst verrückte und coole Story erzählt. Und da haben wir uns direkt gedacht, das ist doch was für die Sendung. Und ihr werdet es jetzt hören. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Episode und viele Grüße an Nils und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und an den Hoaxmaster und an die Hoaxmistress. Ciao, Markito. Hoaxilla-Interview Ja, viele werden sich vielleicht noch an den Artikel zu unserem zweijährigen Geburtstag in Berlin erinnern, den wir im Jahr 2012, jetzt Anfang dieses Jahres, gefeiert haben. Und da gibt es ja auch ein Foto mit einem, sagen wir mal, jungen Mann an unserer Seite, mit Marc Benecke dabei. Und das ist der Nils. Und den Nils haben wir heute in die Ländung eingeladen. Hallo Nils. Hallo. Hallo. Nils, du hast Marc Benecke und dann auch Alexa, wir sind da gar nicht zugekommen, ja bei diesem Hörertreffen so eine ganz verrückte Geschichte erzählt. Und dann hat hinterher der Marc Benecke nochmal zu mir gesagt, ihr müsst unbedingt den Nils mal in eure Sendung einladen, weil die Geschichte, das ist so eine Hoaxilla-Geschichte, die muss er unbedingt mal in der Sendung erzählen. Und da haben wir jetzt unseren Umzug gehabt und das war ganz, ganz schwierig. Aber wir haben gesagt, das machen wir auf alle Fälle. Und das war eine Geschichte aus deiner Schule, Nils, ne? Ja, genau. Vielleicht sagst du nochmal ganz kurz, wie alt du bist und was für eine Schule du besuchst. Ja, ich bin 13 und besuche ein Gymnasium, ja, gehe jetzt in die achte Klasse. Okay. Und was hat sich auf diesem Gymnasium ereignet für eine Geschichte? Ja, wir haben an unserer Schule Instrumentalunterricht, habe ich mit meiner Klasse. Da lernen wir jeder ein Blasinstrument. Und den einen Tag haben wir Vertretung gehabt und unser Lehrer hat uns erstmal gefragt und wollte uns in Gruppen einteilen, ob wir Sola oder Luna sind. Und wir haben ihn dann zuerst ganz fragend angeguckt und dann meinte er, dass man das doch als Bläserklasse wissen muss. Danach wird doch auch die Instrumenten dann bestimmt, die werden doch dann bestimmt. Und dann hat er erstmal gefragt, ja, die Schüler hat da dann durchgefragt, wann sie Geburtstag haben. Und hat daran dann bestimmt, ob wir Sola oder Luna sind. Und hat er euch das auch erklärt, was das genau heißt, Sola und Luna? Ja, er hat es uns so dargestellt, dass die Lunaren einatmen und die Solaren eher aktiver ausatmen. Und dann hat er noch ein paar Übungen mit uns gemacht, wo wir uns das dann noch sozusagen selber testen konnten und so. Was waren das für Übungen? Was habt ihr da so gemacht? Wir haben dann zum Beispiel ganz tief ausgeatmet, alle Lunaren. Lunaren und dann sollte man automatisch merken, wie die Luft dann wieder in den Körper reingesogen wird. Und bei den Solaren genau andersrum. Ganz tief einatmen und dann wird die Luft automatisch rausgepresst aus dem Körper. Und da haben sich dann auch alle so wirklich wiedererkannt irgendwie? Das passte dann oder haben die Leute sich gewundert, deine Mitschüler? Ja, ich denke, die, bei denen es nicht geklappt hat, die haben dann eher nichts gesagt. Aber die, bei denen es geklappt hat, die haben dann ganz verwundet gesagt, oh ja, stimmt, ist ja cool. Okay, was warst du für ein Typ? Warst du bei dir rausgekommen? Ich war Luna. Und ja. Wie würdest du denn das erklären, wenn man ganz lange einatmet, dass dann irgendwann die Luft aus einem raus will? Hättest du dafür einen Erklärungsansatz, woran das liegen könnte? Naja, ich denke, irgendwann ist die Lunge, sage ich jetzt mal, überfüllt mit Luft. Und das ist dann, so habe ich mir vorgestellt, wie bei einem Luftballon. Da will dann die Luft ja sozusagen auch automatisch dann raus, dass da dann irgendwie ein Überdruck oder so ist. Und dass man die Luft dann eben sozusagen aus dem Körper automatisch rauspresst, also das Zwergsfell. Ja, das ist ja schon mal eine sehr gute Erklärungsansatz. Genau. Wie ist denn das weitergegangen? Also ihr seid denn aufgeteilt worden? War denn dann so die Hälfte der Klasse Luna und die andere Hälfte Sola? Oder hast du noch so grob das Verhältnis vor Augen, wie das dann sich so aufgeteilt hat? Ja, ich denke, das war ungefähr gleich. Ich glaube, die Solan waren ein paar mehr, aber sonst war das relativ ausgeglichen. Und das hatte auch nichts irgendwie mit Mädchen und Jungen zu tun, dass das da irgendwie zusammenhängt? Nee, ich glaube nicht. Und wie ging es dann weiter, nachdem er euch aufgeteilt hat? Er hat dann erstmal einen Sitzplan für uns alle festgelegt und nachdem wir uns dann eben hinsetzen sollten. Und wir haben uns da dann auch dran gehalten, weil, ja, kann man da ja nicht so widersprechen. Ja, und sonst mehr hat er eigentlich nicht unternommen. Okay. Und habt ihr dann irgendwie besser gespielt oder so an dem Tag? Oder ist das alles gleich geblieben? Er meinte natürlich, also unser Lehrer meinte dann natürlich, ah, so klingt es doch viel besser. Ich habe keinen Unterschied gehört. In der Pause habe ich mich dann auch nochmal mit meinen Mitschülern abgesprochen, wie die das gesehen haben. Manche fanden es echt unglaublich, wie er das gemacht hat, nur anhand des Geburtsdatums und dass das ja alles stimmt. Und manche haben aber mir auch zugestimmt und haben gesagt, naja, so viel hat das jetzt nicht so gebracht. Was spielst du selber für ein Instrument? Ich wurde der Klarinette zugeteilt. Okay. Das heißt also, du spielst immer noch Klarinette oder war das jetzt nur so für dieses Schuljahr, dass ihr da Instrumente gespielt habt? Nee, ich spiele jetzt noch Klarinette. Das ist jetzt das zweite Jahr. Und nächstes Jahr werde ich dann auch noch ein Jahr Klarinette haben. Okay. Und du warst jetzt ein Lunarer-Typ, also du warst ein Einatmer. Und die Solaren-Typen, was haben die eher für Instrumente spielen sollen? Er meinte, die Saxophone würden dazu mehr passen, weil die besser klingen, wenn man da mehr Luft reinhaut sozusagen. Und wenn man ja da ein bisschen mehr Kraft hinterbringt, das tun ja diese Solaren, meint er. Nee, sag ruhig. Er sagte auch sowas wie, dass die Solaren mit viel mehr Power spielen können und die Lunaren dann mehr mit Gefühl und so. Und bei manchen Sachen, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich mir auch gedacht, naja, stimmt irgendwie schon. Aber ich glaube, das habe ich damit dann nicht so, nee, ich habe das damit nicht im Zusammenhang gemacht. Habt ihr noch mehr Lehrer bei euch in der Schule, die so mit diesem Lunar und Solar arbeiten? Ja, so direkt weiß ich das nicht. Aber mein Vater, der ist ja Lehrer bei mir an der Schule und der meinte dann, dass ein paar Lehrer bei mir an der Schule der Meinung sind, dass das besser ist. Und auch noch ein paar andere Themen, die ihr schon mal aufgegriffen habt, dass die, dass da auch was finden, dass da was dran ist. Okay. Es gibt nämlich, das werden wir dann nachher auch nochmal in unserer Sendung beleuchten, auch noch Theorien, die besagen, dass das zum Beispiel für Mathematik auch Auswirkungen hat. Ach so. Also das ist tatsächlich nicht ganz unüblich, was dir da in der Schule widerfahren ist. Insofern ist das ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist jetzt auf Musik bezogen, aber da gibt es noch andere Beispiele. Und wir danken dir erstmal ganz herzlich, Nils, dass du uns das geschildert hast. Ja, klasse Geschichte. Ja, bitte gerne. Ja, klasse Geschichte. Genau, der Kontakt, den wir nämlich da hergestellt haben. Nils ist nämlich derjenige, oder sagen wir mal, dein Papa war das letztendlich, der das All von der Hoaxmistress ersteigert hat. Und insofern ist Nils sozusagen schon allein deswegen ein Teil der Hoaxler-Familie. Und Nils, wenn dir demnächst mal wieder was Verrücktes unterfährt, dann machen wir auf alle Fälle mal wieder ein kleines Gespräch und dann gucken wir, ob sich daraus dann auch wieder eine Folge ergibt. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Ja, sehr gerne. Alles klar. Dir erstmal alles Gute, ne? Ja. Okay. Tschüss. Zu Gast jetzt, dankenswerterweise, dass das so schnell geklappt hat, ist jetzt Friedrich Beyer bei uns in der Sendung. Friedrich Beyer ist ausgewertet hat, Diplommusiker, Sänger und Musikpädagoge. Guten Abend erstmal, Friedrich. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Und du hast zum Thema, ich werde das Wort wahrscheinlich auch jetzt wieder nicht vernünftig über die Lippen kriegen, Telesologie, eine Diplomarbeit geschrieben und hast sozusagen die einzige, ja, evidenzbasierte Arbeit zu diesem Thema bisher gewiefert. Deswegen haben wir dich eingeladen. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, was dich dazu gebracht hat, als Diplomarbeit dieses Thema herauszugreifen. Ja, warum habe ich die Telesologie als Thema für meine Diplomarbeit gewählt? Die Telesologie ist eine Pseudowissenschaft, die gerade in der stimmpädagogischen Sphäre sehr weit verbreitet ist. Und ich war recht frühzeitig schon konfrontiert mit der Telesologie. Schon am Anfang meines Studiums wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas gäbe wie Atemtypen, so etwas wie lunare Menschen und solare Menschen, sowas wie Einatmer und Ausatmer, Menschen, die die Einatmung als aktiv erleben oder Menschen, die die Ausatmung als aktiv erleben. Und das ja hängt nun zusammen mit der ganzen Lebenswirklichkeit von Menschen. Die Telesologie macht also Aussagen über Menschen und deren Lebenswirklichkeit, was wiederum die Menschen tun sollten möglichst, damit es ihnen gut geht, oder was sie lassen sollten, damit es ihnen gut geht und das auf eine sehr polare Art und Weise. Das ist das ziemlich Interessante an der Telesologie und auch das Verstörende, Irritierende. Und ich wollte in meiner Diplomarbeit genau das untersuchen, was ist da dran an diesen Aussagen. Wie verbreitet ist das denn in der Szene, so wie du es gesagt hast? Ist das ein zentraler Aspekt der Musikpädagogik und Gesangsausbildung oder eher so eine Randerscheinung? Ja, leider ist die Telesologie keine Randerscheinung, sondern doch ein ziemlich zentraler Aspekt mittlerweile geworden in der gesangspädagogischen Szene, auch in der logopädischen Szene. Ganz generell arbeiten viele Menschen in dem Bereich der stimmlichen Veränderungsarbeit mit der Telesologie, mit den Kriterien Luna und Sola. Ich kenne auch viele Dozenten, die an Universitäten nach terlosologischen Kriterien unterrichten, beziehungsweise terlosologisches Wissen in Anführungsstrichen in die Lehre einfließen lassen und das an vielen unterschiedlichen Universitäten. Es ist sehr verbreitet in Deutschland und auch darüber hinaus. Auch in logopädischen Fachbüchern beispielsweise ist die Telesologie verbreitet und findet sich ganz selbstverständlich neben anderen, neben ganz tradierten, bewährten wissenschaftlichen Ansätzen. Also ich finde es aus wissenschaftlicher Perspektive sehr bedenklich, dass die Telesologie als quasi bewiesen verkauft wird in verschiedenen Publikationen und Einzug gehalten hat in den universitären Bereich. Auf welche Zeit und auf welche Person lässt sich die Telesologie zurückführen? Ja, die Telesologie geht zurück auf den Geiger Erich Will. Der hat vor etwa 60 Jahren Menschen beobachtet und ist dabei zu dem Schluss gekommen, dass es sowas geben müsse wie solare und lunare Menschen. Also er hat festgestellt, es gibt sogenannte Einatmer, die die Einatmung als aktiv empfinden und sich auch deutlich unterscheiden von Ausatmern, die die Ausatmung als aktiv empfinden. Die Menschen verhalten sich anders, sie sehen auch anders aus und haben unterschiedliche Merkmale, Eigenschaften. Und das hat er dann als Gedankengebäude immer weiter ausgefeilt und ein Buch geschrieben, das heißt Typenlehre. Und darauf beziehen sich alle Terlusologen heutzutage. Besonders hervorgetan hat sich dann in der Folge ein Dr. Hagener. Dr. Hagener hat mehrere Bücher geschrieben zum Thema Terlusologie. Was ich sehr schade finde, ist, dass er eben das Geld gehabt hat, ganz viele Bücher zum Thema zu schreiben, aber für eine wissenschaftliche Untersuchung der Terlusologie hat es bislang nicht gelangt. Aber vielleicht klären wir erst mal an dieser Stelle, was genau es eigentlich mit der Terlusologie auf sich hat. Wie gesagt, es ist eine Lunar-Solar-Theorie, eine sehr dichotomische Einteilung von Menschen, ganz bipolar. Es gibt angeblich laut Terlusologie Menschen, die Lunar sind und Menschen, die Sola sind. Also man hört es schon dem Namen nach, Menschen, die etwas mit dem Mond zu tun haben, im weitesten Sinne, und Menschen, die irgendwas mit der Sonne zu tun haben. Wie genau lässt sich das nun erklären? Dieser Geiger Erich Wilk hat, wie gesagt, erst mal die Beobachtung gemacht und kam zu dem Schluss, Menschen sind unterschiedlich und hat angeblich eine Polarität entdeckt. Und wie es so kommt, hat er weiter entdeckt, dass das zusammenhängt angeblich mit dem Zeitpunkt der Geburt eines Menschen. Wenn nun der Mond dominiert, der Mondeinfluss dominiert, zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen, so wird dessen Atmung gepolt. Man kann sich das vorstellen wie eine elektrische Polung beispielsweise und diese Polung halte das gesamte Leben an. Das heißt, Menschen, die unter Mondeinfluss geboren werden, sind sogenannte lunare Menschen und würden als allererstes einatmen. Im Gegenzug, die Ausatmen, zum Zeitpunkt der Geburt dominiert da der Sonneneinfluss und diese Babys, frisch geschlüpft, frisch geboren, würden zuallererst ausatmen. Und dabei merkt schon der etwas verständigere Mensch, dass das nun überhaupt nicht funktionieren kann, denn als allererstes atmet natürlich jedes Neugeborene ein. Woher soll die Luft in die Lungen kommen? Das ist also völliger Blödsinn. Es muss so sein, dass jedes Neugeborene zunächst einatmet. Allein das zeigt schon, dass das so weit nicht her sein kann mit der Thalusologie. Das alles wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn die Thalusologie nicht massive Aussagen treffen würde, was lunare Menschen beziehungsweise solare Menschen tun oder lassen sollten, damit es ihnen gut geht, damit sie ein gesundes Leben führen können. Und da gibt es nun allerhand Vorschriften und Tipps und Regeln, an die sich die Menschen halten sollten, damit es ihnen gut geht. Um es ganz konkret zu sagen, sollten beispielsweise lunare Menschen unbedingt Kartoffeln bevorzugen, Möhren essen und auf jeden Fall Nudeln meiden. Außerdem dürfen die Lunaren natürlich sehr spät zu Bett gehen, müssen dafür lange ausschlafen. Die erreichen ihr Leistungsmaximum eher in den Abend- bzw. Nachtstunden. Alle Lunaren seien auch Rechtshänder. Die Lunaren sind Bewegungstypen, sollten also viel Sport treiben und sich aktiv zeigen. Und sie ahnen es schon, bei den Solaren ist es genau umgedreht. Das sind die aktiven Ausatmer, Ihnen empfiehlt Herr Hagener beispielsweise, Zitat, bewegungsarme Tätigkeiten. Sie müssen sich also nicht so viel bewegen. Wilk hat auch diesen Solarentyp als statischen Typ bezeichnet. Ja, und die Solaren sind umgekehrt natürlich die Früh-zu-Bett-Gehler, Frühaufsteher. Die Solaren erreichen angeblich ihr Leistungsmaximum in den Morgenstunden. Sie sind die Linkshänder und sie sollten in jedem Fall Nudeln bevorzugen und Kartoffeln eher meiden. Und so trifft die Terlesiologie Aussagen für die gesamte Lebenswirklichkeit von Menschen, angefangen vom Schlaf-Wach-Rhythmus, über die Bewegung, über die Ernährung, über Schwangerschaft beispielsweise. Also in jedem Lebensbereich spricht die Terlesiologie ein Wörtchen mit. Die Terlesiologie trifft also verschiedenste und sehr gewagte Aussagen über die Lebenswirklichkeit von Menschen, wie sich Menschen konkret verhalten sollen, was sie tun bzw. lassen sollten, damit es ihnen gut geht. Und das ohne je eine wissenschaftliche Studie vorgelegt zu haben zum Thema, ohne dass das je in irgendeiner Form bewiesen worden wäre. Zumal es ja auch ziemlich riskante Aussagen sind, die die Terlesiologie trifft. Denn angenommen, man verhält sich typwidrig, so prognostiziert die Terlesiologie, dass das das Lebensgefühl, das Wohlbefinden massiv beeinträchtigen kann und schließlich schlussendlich sogar zu Krankheit führen kann. Und das finde ich aus wissenschaftlicher Sicht, ohne dass je irgendein Beweis angetreten worden ist, doch sehr bedenklich. Ja, du hast die Typen jetzt sehr schön beschrieben und das spricht ja sozusagen für so eine allumfassende Typisierung von Menschen. Und du hast jetzt gesagt, das kann nicht stimmen dagegen, oder das möchte ich mal untersuchen, sagen wir es mal so rum, du hast ja gar nicht gesagt, das kann nicht stimmen, sondern du hast, wenn ich das richtig verstanden habe, in deiner Arbeit gesagt, das wollen wir doch mal untersuchen, was an diesem Weltbild, an dieser Typisierung von Menschen dran ist. Und hast also begonnen, eine Studie zu designen, die diese Behauptungen untersuchen wollte. Vielleicht sprichst du mal ein bisschen über das Versuchstu-Sein, wie du versucht hast, das zu untersuchen. Ja, die Telesologie macht ja nun eindeutige Aussagen über die Menschen. Es gäbe also lunare und solare Typen. Es gäbe Menschen, die die Einatmung als aktiv empfinden, beziehungsweise die Ausatmung als aktiv empfinden und die Rechts- und Linkshänder seien. Und diese Merkmale seien alle verquickt, durch logische Uns miteinander verbunden. Also jeder lunare Mensch sei ein Einatmer und solle möglichst spät zu Bett gehen, lange schlafen. Und jeder lunare Mensch sei auch Rechtshänder. Das lässt sich nun hervorragend untersuchen, diese bipolare Struktur, indem man das einfach vergleicht mit dem Berechnungsmodell der Thalusologen. Denn, wie gesagt, entscheidet sich, ob Luna oder Sola durch die Konstellation von Sonne und Mond zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen. Und nun habe ich in dem Versuchsdesign eine Umfrage kreiert, wo ich genau all das abfrage, verschiedene zentrale Aspekte der Thalusologie abfrage. Zum einen also Ort und Zeitpunkt der Geburt, nicht nur den Tag, sondern auch die Uhrzeit abgefragt. Dann inwiefern die Umfrageteilnehmer die Ein- oder Ausatmung als aktiv empfinden. Auf der Homepage Thalusologie.de gibt es auch einen sogenannten Selbsttest. Und der Selbsttest besteht darin, zu einem Regal beispielsweise zu gehen, über den Kopf zu greifen, nach oben, um zum Beispiel ein Buch herunterzunehmen. Das einmal diese Bewegung mit einer Einatmung zu verbinden und beim zweiten Mal mit der Ausatmung. Dann ist die Frage, was fällt leichter? Welche Bewegung geht bequemer? Und das habe ich abgefragt. Und natürlich noch das Merkmal Rechtshändigkeit versus Linkshändigkeit und das Merkmal, inwiefern Menschen ihr Leistungsmaximum eher in den Morgenstunden empfinden oder in den Abend- bzw. Nachtstunden. Nun habe ich verschiedene Parameter und verschiedene Datensätze, die ich miteinander vergleichen kann, in Beziehung setzen kann und diese Aussagen, die die Thalusologie trifft, mit den empirischen Befunden vergleichen kann. Und das war das Versuchsdesign, also eine quantitative Studie primär. Zusätzlich habe ich noch verschiedene Interviews geführt mit Kollegen, mit Stimmexperten im weitesten Sinne, um einzelne Aspekte dieser Aussagen in den Interviews mit einfließen zu lassen in die Diskussion der Ergebnisse der empirischen Befunde. Wie nicht anders zu erwarten, widersprechen die empirischen Daten den thalusologischen Behauptungen teils deutlich. Am deutlichsten vielleicht bei der Frage der Händigkeit. Da zeigt schon allein die Verteilung, dass das nicht stimmt. Aus thalusologischer Sicht müsste es ungefähr eine Verteilung geben, 50-50, also 50 Prozent. Luna bedeutet 50 Prozent Rechtshänder und 50 Prozent Sola bedeutet auch in dem Datensatz 50 Prozent Linkshänder. Aber dem ist nicht so. Das heißt, die Verteilung war 80 zu 20. Das bedeutet 80 Prozent der Befragten waren Rechtshänder, haben angegeben, Rechtshänder zu sein und 20 Prozent in etwa haben angegeben, Linkshänder zu sein. Also hier zeigt schon allein die numerische Verteilung, dass diese Aussage, Lunare seien allesamt Rechtshänder beziehungsweise Solare allesamt Linkshänder, dass diese Behauptung nicht stimmt. Ja, ähnlich sieht es auch aus mit den anderen Hypothesen der Thalusologie. Allesamt konnten sie widerlegt werden, die empirischen Befunde haben, den thalusologischen Behauptungen widersprochen. In Summa muss die Thalusologie also als Pseudowissenschaft eingestuft werden. Sie verpasst sich vielleicht einen wissenschaftlichen Anstrich. Bei genauerer Betrachtung ist es aber gar nicht Wissenschaft, worum es sich handelt, sondern lediglich eine willkürliche Behauptung. Verschiedene Behauptungen, die irgendwie miteinander verknüpft sind und viel mehr nicht. Jetzt könnte ja so ein Thalusologe sagen, ja, mit den Händen stimmt das nicht, aber ansonsten stimmt ja alles. Wie würdest du diesem Vorwurf begegnen? Wenn sie es nicht schon getan haben, würden sie ja sicherlich sagen. Ja, das ist ein interessanter Vorwurf. Natürlich müssen wir davon ausgehen, müssen wir redlicherweise anerkennen, dass es theoretisch sein kann, obwohl wir nun einzelne Parameter oder einzelne Aussagen der Thalusologie widerlegt haben, empirisch, dass alle anderen Aussagen der Thalusologie dennoch stimmen könnten. Das ist durchaus denkbar. Aber wie schon gesagt, ist es so, dass die Thalusologen selber sagen, dass die einzelnen Merkmale logisch miteinander verknüpft sind. Das bedeutet, dass alle Lunaren eben Rechtshänder sind und Langschläfer etc. Und alle Solaren, Linkshänder und Frühaufsteher. Und das macht es eben so interessant, weil ein einziger Kontrastfall, ein einziges Gegenbeispiel ausreicht, um dieses Gedankengebäude zu Fall zu bringen. Und das habe ich ja nun in der Arbeit gezeigt. Die empirischen Daten widersprechen den Aussagen und damit ist die Thalusologie insgesamt auch widerlegt. Wie war denn die Rezeption deiner Studie? Hast du denn auch entsprechende Rückmeldung von denjenigen bekommen, die das bisher praktiziert haben oder angewandt haben? Die Reaktionen sind unterschiedlich ausgefallen. Es gab natürlich Kollegen, die sich gemeldet haben und sich bedankt haben, herzlich und gesagt haben, dass es doch toll sei, dass nun endlich mal aus wissenschaftlicher Perspektive die ganze Thalusologie untersucht worden sei und nun als Humbug entlarvt. Das hat mich natürlich gefreut. Auf der anderen Seite haben sich natürlich auch Menschen gemeldet, die die Thalusologie aktiv praktizieren, die von dieser Methode überzeugt sind. Und die Menschen haben mir vielleicht nicht unbedingt massive Vorwürfe gemacht, jedoch darauf verwiesen, dass Wissenschaft eben nicht das Einzige sei, nicht die einzige Möglichkeit, um zu Aussagen über die Welt zu kommen, sondern dass es eben auch sogenanntes höheres Wissen gebe etc. Ja, und außerdem sei es ja völlig irrelevant, was die Zahlen empirisch nun darlegen, solange ihre eigene individuelle Erfahrung damit mit der Thalusologie stimmt. In jedem Fall habe ich mich über beide Feedbacks sehr gefreut, sowohl von Kritikern als auch von Befürwortern der Thalusologie, denn schließlich verstehe ich ja Kritik als Geschenk. Die Thalusologie ist nun dann wirklich ein Gebilde mit sehr strengen Regeln, mit einem sehr engen Weltbild. Macht das auch den Reiz aus? Wenn sie so verbreitet ist, dann muss es ja irgendeinen Reiz auf die Menschen ausüben. Oder wie erklärst du dir sonst, dass die Thalusologie gerade, was jetzt Stimmbildung und die Verbreitung im Leerkörper angeht, so beliebt ist? Ja, das ist eigentlich der Punkt, der mich mit am meisten fasziniert. Warum ist die Thalusologie so erfolgreich? Was ist das, was die Menschen daran fasziniert? Und ich glaube, es hat was zu tun mit Stimme ganz im Besonderen. Und zwar macht es einen Unterschied, ob ich stimmliche Veränderungsarbeit leiste, ob ich nun mit und an Stimme im weitesten Sinne arbeite oder an einem anderen Instrument, beispielsweise am Klavier. Wenn man Klavier unterrichtet, kann man doch deutlich erkennen, selbst ein Laie, wie ungefähr die Tonerzeugung dabei funktioniert. Man drückt eine Taste und dann geht ein Hammer zur Seite und die Seite schwingt etc. Bei der Stimme ist das schon schwieriger. Das heißt, wir können der Stimme nicht genau zugucken, wie sie funktioniert. Höchstens natürlich mit komplizierten HNO-Apparaturen könnte man dann reingucken und den Stimmlippen dabei zusehen, wie sie schwingen. Aber das ist doch sehr, sehr umständlich. Das heißt, viele Menschen haben kaum eine Idee davon, wie die Stimme genau funktioniert. Es bleibt immer noch so ein Mysterium ein Stück weit, obwohl natürlich gerade die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten, ja eigentlich im letzten Jahrhundert hauptsächlich, ziemlich gut nachgewiesen hat, wie Stimme funktioniert. Wir wissen da also schon sehr, sehr viel mehr, obgleich es immer noch viele Felder gibt, die noch ungenügend beforscht sind. Also ein sehr spannendes Feld nach wie vor. Ich glaube, dass viele Gesangspädagogen, eben weil sie aus dem künstlerischen Bereich kommen, kaum eine Ahnung oder nur sehr wenig Ahnung haben von der Stimmfunktion, von also den physiologischen, von den anatomischen Grundlagen. Und zugegebenermaßen ist es ja auch nicht ganz einfach, das alles zu verstehen. Und daher die Faszination oder ja das Interesse an einem klaren Konzept, einem klaren Rezept vielleicht sogar, an stimmlicher Veränderungsarbeit. Und das kann eben die Thalusologie bieten. Das bedeutet, sie macht eine klare Aussage, es gibt Menschen des Typs A und Menschen des Typs B. Man kann jetzt quasi in Tabellen nachlesen, dieser Mensch ist Typ A, dieser Mensch ist Typ B und seinen Unterricht entsprechend gestalten. Und diese Versuchungen erliegen viele Gesangspädagogen, weil sie kaum wissenschaftliche Vorbildung haben, denn schließlich kommen sie ja primär aus dem künstlerischen Bereich und nicht aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und da müsste viel passieren in der Ausbildung von Gesangspädagogen. Es müsste eine viel wissenschaftlichere, fundiertere Gesangspädagogik-Ausbildung angeboten werden in Deutschland. Aber da sind wir aus meiner Sicht schon auf einem ganz guten Weg. Wobei aber die Thalusologie ja auch relativ dramatische Wirkung haben kann. Also ich habe gelesen, so in der Vorrecherche, dass es dann auch durchaus Fälle gibt, wo also Pädagogen oder Gesangstrainer, sage ich jetzt mal als Laie, Sänger ausbilden und dann feststellen, du bist ein lunarer Typ und du wirst leider dieses Musikstück, diese Arie nie singen können, weil das für den anderen Typ gedacht ist. Also das schminkt dir mal ab, dass du von Komponisten XY das Stück singen wirst, jemals in deiner Karriere. Und wenn das kommt, dann lass es lieber bleiben. Das ist ja schon relativ dramatisch, wenn man das gesagt bekommt. Also ja, absolut ist das voll dramatisch aus meiner Sicht, wenn tatsächlich jungen Menschen erzählt wird, sie könnten bestimmte Werke eines Komponisten Zeitlebens nur bedingt gut singen, weil sie eben dem Atemgegentyp angehören. Sowas ist einfach nur aus meiner Sicht lächerlich und hanebüchen. Ah ja. Das ist aber noch längst nicht alles, was die Risiken der Thalusologie angeht. Ich habe das in meiner Diplomarbeit eingeteilt in einerseits strukturelle und andererseits inhaltliche Risiken. Die strukturellen bestehen aus meiner Sicht darin, dass die Thalusologen mit ihren Behauptungen wissenschaftliche Standards untergraben, das heißt das Prinzip der Wissenschaftlichkeit auflösen und je mehr sich quasi die Thalusologie im wissenschaftlichen Kontext durchsetzt, umso eher ist dadurch Scharlatanerie Tür und Tor geöffnet. Das wäre eines der strukturellen Risiken. Inhaltlich problematisch wird es bei vielen Stellen in der Thalusologie, ich habe das ja schon teilweise erwähnt, bei verschiedenen Ernährungsvorschriften eine einseitige Ernährung, beispielsweise, wenn gesagt wird, dass eben Lunare nur Kartoffeln essen sollten, Nudeln dagegen meiden. Das ist aus meiner Sicht auch eine Beeinträchtigung, ganz schlicht gesprochen, der Lebensqualität, wenn man sich unnötigerweise beschränkt auf eine spezielle Ernährung, obwohl es vielleicht gar nicht bewiesen ist, dass eine andere Ernährung tatsächlich irgendwie negativ sei. Und richtig schlimm und problematisch wird es, wenn es um Drogenkonsum geht. Da wird zum Beispiel behauptet in einschlägiger Literatur, dass die Lunaren viel trinken sollten, viel Wasser zu sich nehmen sollten. Im Umkehrschluss bedeutet das, die Solaren brauchen nicht so viel zu trinken. Und nun weiß jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, dass aber grundsätzlich Menschen empfohlen wird, genügend Flüssigkeit täglich zu sich zu nehmen. Also die Gefahr besteht für Solare einer Dehydratation und aus meiner Sicht sehr bedenklich. Ebenso bedenklich ist es, wenn gesagt wird, dass die Lunaren Zigaretten und Tabakprodukte meiden sollten. Im Umkehrschluss bedeutet das offensichtlich, dass die Solaren durchaus mal zur Zigarette greifen dürfen. Das leistet natürlich den Missbrauch von Drogenvorschub und ist aus meiner Sicht komplett abzulehnen. Das heißt also, wer das praktiziert, der trägt wirklich eine große Verantwortung auch für das Leben derjenigen, die er dann damit behandeln möchte. Ja, genau. Was man vielleicht noch ergänzend dazu sagen muss, ist, dass die Terlosologie von vielen nur selektiv praktiziert wird. Das bedeutet, sie picken sich vielleicht ein, zwei, drei Dinge heraus von der Terlosologie, also worüber die Terlosologie konkret Aussagen trifft und den Rest ignorieren sie. Das bedeutet, viele Terlosologen kennen gar nicht zu 100 Prozent alle terlosologischen Aussagen. Gerade auch die Gesangspädagogen wissen oftmals nicht, dass mit dem Atemtyp auch die Händigkeit verbunden ist beispielsweise. Oder ignorieren das dann einfach. Sagen, okay, Einatmer, das mag sein, der hat die Einatmung, empfindet er als aktiv und einzelne Bewegungen als aktiv. Und der Einatmer atmet eben betont in den Brustkorb, während der Solare eher umgedreht die Einatmung als passiv empfindet und die Ausatmung als aktiv und eher tiefer in den Bauch atmet. Ja, das mag sein. Auf der anderen Seite, was Ernährung angeht oder Händigkeit, das wird einfach ausgeklammert oder schlichtweg einfach nicht gewusst. Es ist also fast wie beim Lesen eines Horoskops. Man pickt sich das raus, was stimmt. Und interessanterweise, obwohl die Terlosologie ja nun ganz bipolare und sehr riskante Aussagen trifft, gilt trotzdem auch ein Stück weit der Barnum-Effekt. Das bedeutet, dass einerseits Allgemeinplätze bedient werden. Man findet also trotz dieser ziemlich konkreten Aussagen, der polaren, dichotomen Aussagen, auch Sätze wie jeder Mensch muss ganz individuell betrachtet werden. Und der Satz stimmt natürlich immer. Wenn du sagst, du bist eher so ein lunarer Typ, in Anführungsstrichen. Wir nehmen das Interview jetzt gerade abends auf. Das heißt, eigentlich müsstest du jetzt einen Leistungshoch haben, aber du hast gerade gesagt, du bist heute ein bisschen müde. Das würde ja zum Beispiel deinem Typ schon widersprechen. Ja, das würde tatsächlich der Terlosologie schon widersprechen. Man merkt schon deutlich, das Leistungsmaximum, wenn man das am Abend empfindet als lunarer Mensch, hängt das immer davon ab, wie früh man beispielsweise morgens aufgestanden ist. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob ich beispielsweise gesund, ob ich krank bin, wie sehr ich gewöhnt bin sozusagen, lange aufzubleiben oder nicht etc. Also es lässt sich gar nicht pauschal sagen. Die Wirklichkeit ist also viel komplexer, als es die Terlosologie wahrhaben will. Lass uns doch mal ganz kurz für unsere Hörer nochmal schildern, wie du zu den Ergebnissen deiner Studie gekommen bist. Also hast du eine Straßenbefragung gemacht, hast du einen Fragebogen entwickelt. Also nochmal ganz kurz so die basale Ebene deiner Diplomarbeit. Wie bist du an die Daten herangekommen und vielleicht auch wie viele Personen sind in der Studie involviert? Wenn du 20 Leute gefragt hast, könnte man ja sagen, naja, du hast einfach nicht genug Leute gefragt, um eine vernünftige Aussage treffen zu können. Ich habe einen Fragebogen entwickelt, wie schon gesagt, und einzelne Parameter untersucht. Zum Beispiel eben die Händigkeit der Menschen, Luna, Sola, beziehungsweise Links- und Rechtshändigkeit in Bezug zu dem Atemtyp. Natürlich habe ich abgefragt die Zeit, die Geburtszeit und den Geburtsort. Ich habe abgefragt, inwieweit die Klienten, die Umfrageteilnehmer, die Einatmung oder die Ausatmung als aktiv empfinden und diesen bezeichneten Selbsttest auf der Homepage teleosologie.de. All das in Fragen gekleidet und die Umfrage online gestellt bei voicer.de. Diese Umfrage lief im Jahr 2011 über etliche Wochen und am Schluss haben über 550 Menschen daran teilgenommen. Ein paar Daten musste ich dann schließlich rausnehmen, weil zum Beispiel als Geburtsdatum 2012 angegeben war oder dergleichen. Und nach Bereinigung dieser Datensätze blieben dann noch über 530 übrig. 530 also verwertbare Datensätze. Also das ist ja schon auch mal eine wichtige Information, dass es eine sehr große Stichprobe ist, die auch eine gewisse statistische Sicherheit in der Aussage dann hat. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns mit Wissenschaftstheorie beschäftigen. Eine Studie alleine macht ja noch keinen Sommer. Das ist ja nun mal so. Man kann ja auch nie etwas komplett widerlegen. Normalerweise müsste jetzt ja noch mal diese Studie repliziert werden. Weißt du von irgendwelchen Aktivitäten, dass jemand sagt, ich möchte die Ergebnisse von Friedrich Bayer noch mal untersuchen, gibt es da Überlegungen zu oder macht das keiner, weil keiner Nessbeschmutzer sein möchte? Also bislang gibt es niemanden, der die Studie neu auflegen will, der die Studie noch mal wiederholen will, einfach um sicherzugehen, dass die Daten stimmen. Es wäre wünschenswert, also wenn es jemanden gibt, der die Studie wiederholen möchte, jederzeit gern. Aber vielleicht ist es auch interessant, einen Blick zu werfen auf die Entstehungsgeschichte der Thalosologie auf das Buch, ich habe es eingangs schon erwähnt, von Erich Wilk namens Typenlehre. Ohne je irgendeinen Beweis zu liefern, behauptet Wilk darin in diesem Buch das Unglaublichste, das bisweilen Abstruseste, was sich vorstellen lässt. Besonders irritierend ist aus meiner Sicht Wilks Rückgriff auf die rassetheoretischen Überlegungen der Nazis, unter anderem schreibt er in dem Buch auf Seite 17, ich zitiere wortwörtlich, während die Rassetheorien von diesen Gesichtspunkten, also von therosologischen Gesichtspunkten aus betrieben worden, hätte es niemals Kriege gegeben, auf religiösen Gebieten genauso wenig. Weiter schreibt er dann noch, Rassereinheit ist ein Schönheitsideal und eine Naturnotwendigkeit. In eine nordische Eichenlandschaft passen keine schwarzen Gesichter und in einen afrikanischen Urwald keine Weißen. Man muss dazu sagen, dieses Buch ist 1949 erschienen. Also nach Ende des Zweiten Weltkriegs und eigentlich sollten da Nazi-Gedanken gut ja nicht mehr vorhanden gewesen sein, sollte man annehmen. Du hast uns den Link ja zur Verfügung gestellt, wir werden das sicherlich auch in unserer Linksammlung zur Folge nochmal verlinken, sodass unsere Hörer dann auch Gelegenheit haben, sich mal diese Typenlehre zu Gemüte zu führen, weil da stehen an der einen oder anderen Stelle schon die Haare zu bergen. Leider ist es oft so, dass diejenigen, die ja gerade pseudowissenschaftliche Dinge praktizieren, in den seltensten Fällen auch wissen, worauf das alles zurückzuführen ist und seltenst auch die entsprechenden Texte mal tatsächlich gelesen haben. Insofern, also wenn man sich das anschaut, dann wirkt das alleine mitunter schon abschreckend sicherlich. Jetzt arbeitest du ja auch als Trainer, als Gesangstrainer, als Sprachtrainer. Wie gehst du mit Schülern um, die unter Umständen zu dir kommen und die dieses Wissen vor sich her tragen, ich bin ein solarer Typ. Lieber Herr Bayer, bitte beachten Sie beim Training, dass ich ein solarer Typ bin. Konfrontierst du die, beziehungsweise klärst du sie auf oder wie gehst du damit um? Oder gab es diese Situation noch nicht? Ja, es ist schon vorgekommen, dass Schüler zu mir gekommen sind oder Klienten, die gesagt haben, okay, ich bin solarer oder lunarer Typ oder die ganz generell wissen wollten, was hat es denn mit der Telesologie auf sich? So sehr ich als Wissenschaftler auch ganz dezidiert in Standpunkt vertrete, dass Telesologie kein Naturgesetz, sondern Pseudowissenschaft ist, ja, so pädagogisch und gelassen gehe ich auch um als Pädagoge. Also es macht einen Unterschied, ob ich nun als Wissenschaftler ein Statement gebe oder im Unterricht als Pädagoge tätig bin und wenn ich im Unterricht bin, dann ist es eher so, dass ich sehr gelassen damit umgehe. Mir ist es wichtig, dass die Klienten, die Schüler sich selbst quasi singen beziehungsweise sprechen auf eine andere Art und Weise beibringen und das auf eine Art und Weise, die sehr induktiv ist. Ich sage also meinen Studenten oder meinen Klienten auch nicht im Unterricht, tu das, singe so oder sprich so, weil ich weiß, es ist gut für dich, sondern im Gegenteil, ich leite lediglich einen Prozess an, in dem die Schüler selber erkennen, was ihnen stimmlich gut tut und was weniger. Die induktive Methode erlaubt also, den Schülern selber auf Entdeckungsreise zu gehen und ganz individuell Stimme für sich neu zu entdecken. Und das finde ich das Faszinierende, den eleganteren Weg in der stimmlichen Veränderungsarbeit. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Endwort, sozusagen das Schlusswort, weil natürlich genau das die perfekte Art und Weise ist, mit solchen Dingen umzugehen. Frederik, vielen, vielen Dank für das Interview, dass du uns da noch ein bisschen Einblick gegeben hast. Deine Arbeit kann man, glaube ich, über Amazon bestellen, wenn ich das gesehen habe, wer sich dafür interessiert. Und genau, gibt es auch, glaube ich, sogar als E-Book zu kaufen für unsere technikaffinen Hörer. Kann man sich dann auch mal auf irgendwelche mobilen Lesegeräte ziehen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses hochinteressante Interview. Ich danke auch. Und ich würde sagen, bis demnächst vielleicht einmal. Und vielen Dank. Genau, alles Gute und einen schönen Abend noch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Ja, nach diesen Interviews sind wir jetzt wieder sozusagen live für euch verfügbar. Das sind alles Dinge, die wir vor geraumer Zeit schon zusammengetragen haben. Das hat ein bisschen gedauert, diese Folge. Die ist eigentlich seit einem Monat in der Mache, bis wir alles Material beieinander hatten. Ja, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ich denke, die Qualität, die dann dabei rausgekommen ist, spricht für sich. Und manchmal lohnt es sich einfach, auf die Dinge ein bisschen länger zu warten. Genau. Wir haben uns auf alle Fälle sehr gefreut, den einzigen Menschen zu finden, der zum Thema Therosologie eine Arbeit geschrieben hat. Und das ist nochmal ein schöner Beweis, auch dafür ganz oft sagen ja die Parawissenschaften, naja, es gibt ja gar keine Forschung und wir können das gar nicht untersuchen, weil wir gar kein Geld haben. Und die heutige Episode ist, glaube ich, nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass man durchaus auch mit einfachen Mitteln solche Behauptungen überprüfen kann. Und das hat der Friedrich sehr, sehr, sehr schön gemacht. Wir haben ganz am Anfang, als wir noch das Interview mit Nils gemacht haben, uns ja auch eingelesen gehabt in das Thema. Und es gab dann auch Theorien, dass Lunare und Solare Menschen, dass das Einfluss auf die Aktivität der Gehirnhälften hat, dass bei dem einen die linke Gehirnhälfte aktiver ist und bei dem anderen die rechte, was dann mit sprachlichen Fertigkeiten oder mathematischen Fähigkeiten zu tun hat. Das ist so der Kontext, wo das auch in Schulen auch eingesetzt wird. Wir haben das jetzt gar nicht mehr weiter recherchiert, weil da ist ja wirklich gar nichts dran. Aber damit wir das der Vorständigkeit nochmal genannt haben, also nicht nur im Bereich der Sprachpädagogik, sondern auch tatsächlich inzwischen im normalen Bereich der Pädagogik hat die Therosologie einen Zug gefunden. Und insofern, immer wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr nicht sagen, hä, da habe ich noch nie was von gehört, sondern ihr werdet sagen, Also was auffällt, ist, dass die Therosologie so leichter, also von der Struktur her und von der Grundlage her so ein bisschen an die Humoralpathologie erinnert, also an die Säftelehre. Also wir alle wissen hier Melancholika, Cholerika und so weiter. Denn das ist ein System, das du beliebig erweitern kannst. Damit fängst du an halt mit den verschiedenen Körpersäften und dann kannst du immer noch einen draufsetzen und immer noch weitere Bereiche finden, in die sich das hineinzieht, bis du im Prinzip durch so eine Theorie das gesamte Leben eines Menschen abgebildet hast. Das macht natürlich auf den ersten Blick erstmal einen Reiz aus, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wie wir ja gehört haben, recht gefährlich. Und für alle euch da draußen, die vielleicht noch an der Uni sind, die eine Naturwissenschaft studieren oder die Möglichkeit haben, überlegt mir, ob ihr vielleicht auch mal Spaß daran habt, eure Abschlussarbeit mal dazu zu nutzen, im Sinne des wissenschaftlich-kritischen Denkens irgendwelche fadenscheinigen Behauptungen auszuhebeln. So. Jetzt will ich aber selber mal wissen, was mit Leinem Richie ist, was du da recherchiert hast. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal den Sack und das Thema Therosologie jetzt zu und machen endlich mal weiter. Die Auflösung Ja, ich hatte ja, als ich die Geschichte erzählt habe, erwähnt, dass diese wunderschöne Anekdote über eine Dame und Leinem Richie mit seinem Hund im Aufzug durch die Presse und damit auch um die Welt gegangen ist. Das stimmt auch, aber nicht alles, was durch die Presse geht, muss auch automatisch wahr sein. Wir haben es hier nämlich mit einer wunderbaren, herrlichen Urban Legend zu tun. Eine Urban Legend im wahrsten Sinne des Wortes, weil man hier natürlich auch diesen herrlichen Unterschied hat zwischen jemandem, der vom Lande kommt und dann in die Großstadt kommt. Also dieses Land-Stadt-Gefälle oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, das spielt hier natürlich damit hinein. Hinzu kommt dann natürlich kommen noch verschiedene andere psychologische Faktoren. Brechtnich schildert das sehr schön in die Maus im Jumbo-Jet, dass da halt noch Aspekte wie die weibliche Angst vor Männern hineinspielen und solcherlei Dinge. Also wir haben es hier mit einer modernen Sage zu tun, die auf sehr vielen Ebenen gesellschaftliche Ängste ausdrückt, was es wirklich zu einer sehr reizvollen kleinen Geschichte macht. Aber sie hätte sein können. Natürlich, das ist ja der Punkt. Es hätte eventuell passieren können. Ja, damit haben wir dann die Geschichte, die Story der Woche aufgelöst. Am Ende der Sendung müssen wir jetzt noch über ein, zwei Dinge sprechen, die sich ereignet haben. Und zwar ist in Österreich von unseren skeptischen österreichischen Kollegen das goldene Brett vom Kopf 2012 verliehen worden. Das ist das zweite Mal, dass dieser Preis verliehen worden ist. Im ersten Jahr dieser Preisverleihung hat ja der Regisseur des Films über Lichtnahrung den Preis erhalten. Herr Straubinger. Herr Straubinger, darüber haben wir ja auch eine Folge gemacht. und erstaunlicherweise ist der Preis diesmal jemandem verliehen worden, über den wir auch gerade kürzlich eine Folge gemacht haben. Zumindest indirekt und zwar an den Direktor beziehungsweise Leiter der Viadrina. Nein, nicht der Viadrina, aber des Instituts. Entschuldigung, genau. In Trag. Genau, also des Hogwarts-Instituts an der Viadrina, an Herrn Professor Harald Wallach, der also für seine profunde Arbeit in der Aufweichung der Wissenschaftlichkeit geehrt worden ist. Darf man eigentlich gar nicht lachen, das ist eigentlich traurig. Ja, er selber sieht das natürlich ganz, ganz anders, klar. Er ist der Märtyrer für die Parawissen oder für die Aufklärung. Für seinen Wissenschaftsbegriff, sagen wir mal so. Ja, und für die Aufklärung. Er ist der Neue, der auf dem Attal der Aufklärung geopfert wird. Auf alle Fälle hat er das Goldene Brett erhalten. Es hat einen zweiten Preis in diesem Jahr gegeben, nämlich es wurde das Goldene Brett für das Lebenswerk verliehen und auch der Name dürfte Huxilla-Hörern und wahrscheinlich auch vielen anderen natürlich ein absoluter Begriff sein, nämlich Erich von Däniken hat den Preis für das Lebenswerk erhalt. Wir diesen Preis, so haben sie es zumindest angekündigt von Professor Oberhummer erhalten in Wien. Sehr schön. Den kann man ja im Skeptoskop auch nochmal anhören, wer das noch nicht getan hat und dann weiß man, das wird glaube ich ein Treffen der Giganten sozusagen, wenn diese beiden Herrschaften aufeinandertreffen. Und das Goldene Brett hat eine eigene Internetseite, goldenesbrett.at, das hat eben den Österreich angesiedelt. Das wird man sicherlich bald wieder nominieren können. Genau. Und wenn euch was unterkommt, was völlig folgt ist, dann könnt ihr diese Person für das nächste goldene Brett für die nächste Preisverleihung nominieren und dort eintragen. So, jetzt muss ich noch eine Schuld einlösen, nämlich, ich muss hier einen Podcast erwähnen, der an dieser Neustrukturierung von Hoxilla ab Folge 101 schuld ist, der dafür gesorgt hat, dass wir jetzt eine sehr kurze Einleitung haben und ein langes Ende. Und ich sage das jetzt so, natürlich haben wir viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ihr redet am Anfang zu viel und wir selber waren immer so ein bisschen unschlüssig, sollen was bleiben lassen, sollen was bleiben lassen, weil viele Hörer gesagt haben, nee, so diese persönliche Komponente, das finden wir auch ganz toll. Und dann haben wir immer gesagt, wir lassen das bestehen. und dann habe ich den Sven Menke vom Kulinarikast, das ist nämlich der Podcast, den ich hier erwähnen möchte, mal gehört, der hat in einer Sendung auch über uns gesprochen und der Sven Menke hat uns relativ spät, vor wenigen Monaten auch erst wahrgenommen und hat dann tatsächlich binnen kürzester Zeit 40, 50 Episoden von Hoxilla sich angehört. Unfassbar. Und da konnte ich mir dann schon vorstellen, ich habe selber mal kürzlich auch Spaß wieder in alte Episoden reingehört, wie hemmend das ist am Anfang, wenn man am Anfang immer das ganze gelabert hat und er selber macht das im Kulinarikast auch so. Also ich finde, das ist eigentlich ein schöner Kompromiss, dann hat man es trotzdem noch drin, aber wir steigen schneller mit dem eigentlichen Grund unseres Podcasts ein. Und ihr da draußen habt das ja auch schon bestätigt, dass euch das sehr, sehr gut gefällt in dieser Struktur und ich werde diesmal auch den Kulinarikast verlinken und wenn ihr jetzt sagt, warum, das hat ja glaube ich auch schon mal erzählt, der Hoxmaster, warum reflektiert der so auf den Kulinarikast? Nun, zum einen finde ich Kochpodcast ist neuerdings ganz, ganz spannend und zwar nicht, weil ich das nachkoche, weil ich, sondern weil ich ganz viel über Lebensmittel lerne. Das ist ganz, ganz spannend bei Kochpodcasts. Hört euch die mal unter dem Aspekt an, wie man so Rezepte variieren kann und wofür welche Lebensmittel stehen. Da kann man auch den Hobbykochpodcast von dem Kai Daniel nochmal nennen und der Kulinarikast steht mir insofern auch nahe, weil der Sven Menke aus meiner Heimatstadt, aus meiner Geburtsstadt Postcast ist, nämlich aus dem schönen ostwestfälischen Minden und auch das verbindet mich sowieso schon mal mit Sven und das letzte ist, er hat mich natürlich auch gnadenlos bestochen, weil ich über Weihnachten in meiner Geburtsstadt sein werde und da wird der Sven für mich kochen. Oh, herrlich. Ja, und wer mich so besticht, der wird natürlich auch extrem erwähnt und natürlich verlinkt und heute ich lasse mal an, der Sven macht auch einen sehr, sehr netten Podcast. Ich finde auch, wenn man das hört, man wird selber kreativer auch beim Kochen. Man entwickelt einfach mehr eigene Ideen. Hört euch das mal an. Und der zweite Podcast, den ich heute an dieser Stelle mal plagen möchte und das liegt daran, dass ich mir die Zeit genommen habe, mir das auch anzuhören. Das ist nur bedingt skeptisch, hat aber ganz viel mit dem letzten Psychotalk zu tun, der ja zum Thema Star Trek war. Denn es gibt einen Podcast, der beschäftigt sich wahrscheinlich viel, viel besser, als wir das tun mit dem Thema Star Trek und zwar ist das der Trekcast und der Trekcast berichtet oder hat mal angefangen zu berichten über den Blu-ray-Start von Star Trek The Next Generation auf Blu-ray. Aber die haben ganz, ganz spannende Sendungen inzwischen publiziert. Die haben zum Beispiel die Synchronsprecher, also zwei Sendungen waren das von Commander Riker und Jodie LaForge bei sich in der Sendung gehabt, die ganz, ganz spannende Sachen über das Synchron-Business in Deutschland berichten. Was mir wirklich die Augen geöffnet hat. Das kann ich nicht anders sagen. Allein diese beiden Episoden lohnt es sich schon anzuhören und das ist ein sehr schöner Podcast, der zwar ein bisschen geekig ist, aber das sind sehr reflektierte junge Herren. Hey, komm, wir alle lieben Star Trek. Ja, und die sind auch sehr reflektiert und berichten da sehr, sehr schön drüber und natürlich auch, das will ich schon mal erwähnen, das hat der Psego Talk dazu geführt, dass ich im Januar wegen Termin, Schwierigkeiten auf beiden Seiten, geht das nicht eher, auch selber mal zu Gast im Trekcast. Und da hast du dir ja schon so einen halben Thema ausgeguckt. Ich sage natürlich nicht was. Das wird bestimmt auch nochmal spannend sein. Aber das wird super spannend. Also da hätte ich selber auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und deswegen dann hört euch den Trekcast mal an und ich bin natürlich sehr geehrt, dass ich da eingeladen bin. Wie gesagt, die hatten halt schon wirklich professionelle Synchronsprecher und Organisatoren von großen internationalen Conventions. Also die machen da eine schöne Nummer. Und man muss auch mal andere Podcasts erwähnen. Na klar. So. Ansonsten vielen, vielen Dank. An dieser Stelle sagen wir es auch nochmal, weil ich glaube, dass so flatter, dankes E-Mail, ich glaube da nicht dran. Ich mache das gelegentlich auf Twitter und mache es jetzt vielleicht auch nochmal in meiner Sendung. Vielen Dank für das Flattern der letzten Monate. Ich will euch nicht so eine 0815 E-Mail schreiben. Ich fand den Gedanken, den Herr Pritlauf irgendwann mal geäußert hat, ganz schön, dass wir vielleicht mal so einen Jahresbericht irgendwann abliefern, was wir so getrieben haben. Super Idee, ja. Und der Flattergeld. Dafür vielen Dank. Und das uns auch in einer Art und Weise freut, das glaubt ihr gar nicht, aber wir sind sehr, sehr beschäftigt und wir haben wenig Freizeit, aber wenn wir denn mal Zeit haben, wir gucken, oder sind große Filme und Fernseh- und Serienfreunde, allerdings on demand. Und wir haben, seit wir hier in Hamburg sind, so viele DVDs von unserem Beschluss. Überhaupt generell, also das muss man mal sagen. Aber es ist im Moment vielen, vielen Dank an euch da draußen. Das ist echt krass. Ganz viel geworden und das freut uns total und dafür vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und sind bei jedem Paket sehr, sehr gerührt und wir flattern oder wir twittern auch nicht über die Geschenke, weil wir angeben wollen, sondern das soll ja wirklich ein Ausdruck unserer Freude sein darüber. Und abschließend jetzt noch einen Hinweis und dann ist die Sendung auch endgültig vorbei. Nächsten Freitag bei den Blacksfield Stories, über die ja sehr kontrovers auch diskutiert wird. Was mich übrigens freut, muss ich an dieser Stelle sagen. Also nochmal, Alexa hat die Geschichte von Marquis de Sart nicht geschrieben und immer bitte unter dem Aspekt betrachten, dass das 1790 Schlag mich tot geschrieben worden ist und hört euch das mal unter dem Aspekt an. Aber nächste Woche, nächsten Freitag bei den Blacksfield Stories. Es ist ja bald Halloween, da kommt halt noch ein bisschen was anderes. Da kommt was anderes, was ganz Halloweeniges. Und das können wir euch natürlich auch noch ins Herz legen. und damit wollen wir es dann auch mal gut sein lassen für heute und wünschen euch allen eine schöne Woche, einen schönen beginnenden Herbst, wenn ich hyperfetisch werden darf. Möge er gülden sein. Wir hören euch nächste Woche, hört ihr uns wieder und wir sehen uns im Chat und wie auch immer und hören auf Twitter, Facebook. Ich bin inzwischen auch bei Alpha mit einem Account, also bei app.net, da könnt ihr auch dem Hoax Master folgen, der berichtet dann über allerlei neuen Kram. Wo bist du eigentlich nicht? Omnipräsenz ist da das Stichwort. Ich wünsche euch alles, alles Gute bei Identica. Ich weiß, ich gucke mir das auch noch demnächst an. Also doch. Euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoaxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoaxilla ist eine Rackerture Production aus dem Jahre 2012. Hoaxilla ist eine Rackerture. Hoaxilla ist eine Rackerture. Hoaxilla ist eine